Seit Anbeginn der Zeit fragen wir uns, wie das Universum entstanden ist. War es ein glorreich inszenierter Plan oder doch etwas viel, viel Banaleres? Du bist der Wind unter meinen Flöhen, die eilen in meinen Augen. Willst du meine Gefährtin fürs Leben klein? Ich mache Schluss mit dir. Was? Und übrigens, du siehst kein bisschen aus wie auf deinem Profilbild. Juli 2016 Alles was ich will, ich wahre Liebe. Ist das denn zu viel verlangt? Hey seht mal, Sternschnuppen. Oh, ich wüsste mir das Mädchen meiner Träume. Das ist ein echter Killer-Wunsch. Meteoritenzauer. Meteoriten? Ist ja schaurig. 20th Century Fox präsentiert. Oh, Leute, was geht ab? Buck, was machst du denn hier? Das ist erst der Anfang. Die Mutter aller Asteroiden rast auf uns zu. Wir gehen zur Absturzstelle, schauen es uns an und überlegen, wie wir das verhindern können. Wer ist mit dabei? Crash und Eddie treten an in Reihe und Gleet. Gleet? Oh, Mann. Wir sehen so cool aus. Sieht das für dich nach einem Problem aus? Das ist ja so hübsch. Könntet ihr mal auf... Money, Ellie, Sid, Diego, Buck und Scratch. Darf ich mal? Spaßbremse! Achtung! Weg hier! Ab in die Höhle! Beeilung, Oma! Jetzt mach mich so eine Hektik. Ich bin öfter verblütscht getroffen worden. Oma! Als du heiß geduscht hast. Ice Age. Kollision voraus. Sieht aus, das wär's vorbei. Ja, es ist definitiv vorbei. Bis auf den hier. Das wär's. Bis auf den hier. Vielen Dank.